Hallo zusammen, mein Name ist Yves Albrecht und ich bin Produktmanager bei VeloPlus und heute stelle ich euch unser Airfix Tubeless Reparaturset vor. Das Tubeless Reparaturset besteht aus der Couchsuckerwürste, die in zwei verschiedenen Breiten dabei ist, aus einem Werkzeug, um die Couchsuckerwurst ins Loch drücken, eine Ahle, um das Loch anzuräumen, damit die Couchsuckerwurst besser hält, dann eine Leim, die auch für zusätzlichen Halt sorgt, ein Messer, wo man die überstehende Couchsuckerwurst abschneiden kann, plus eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Zur Vorbereitung würde ich euch empfehlen, die Couchsuckerwurst auf das Werkzeug aufzuziehen. Als zweites rauen wir das Loch an, das ja durch die Tubeless-Flüssigkeit nicht mehr geschlossen werden kann. Das hier ein paar Mal anrauen, damit es gut hält. Im weiteren Schritt drücken wir die Couchsuckerwurst auf dem Werkzeug hinein. Ein bisschen Leim drauf. Das Ganze würde im Notfall auch ohne Leim halten. Der Leim tut aber eigentlich eine dauerhafte Standfestigkeit garantieren. Das Ganze würde auch ohne Leim halten. Das Werkzeug wieder rausziehen. Jetzt hat man hier so eine überstehende Couchsuckerwurst. Diese kann man jetzt noch mit dem Messer abschneiden, allerdings mindestens 5mm überstehen lassen. Jetzt kann man den Reifen wieder aufpumpen, entweder mit einer CO2-Patrone oder mit einer Tubeless-Pumpe. Wie man sieht, ist der Reifen wieder dicht. Dank dem Erfix Tubeless Reparaturset von Velo Plus. WDRilant Iyof WDR HIND